Ich sammle Münzen. Münzen? Okay, Standard, aber diese verrückten Sammlungen gab es selbst bei uns noch nicht. 4.350 Glückskekszettel. Ein US-Amerikaner nimmt es mit seinem Schicksal ganz genau. Er sichert sich damit den Weltrekord für die größte Sammlung an Glückskekssprüchen. Lernen ist die Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück. Von mir bekommt er dafür einen von drei Sternen. Ein Mann aus Phoenix mag es dagegen scharf. Er hat rund 11.000 verschiedene Flaschen Chilisoße zu Hause stehen. Natürlich alle noch ungeöffnet. Seine skurrile Sammlung bekommt zwei von drei Sternen. Mehr als 285.000 verschiedene Kugelschreiber. Dieser Rekord gilt an eine Frau aus Phoenix lag. Sie hält aktuell den Weltrekord für die offiziell größte Kugelschreiber-Sammlung. Ein Ostfriese ist ihrem Rekord aber auf dem ersten. Er arbeitet auf 500.000 Kugelschreiber hin und sagt, dass ihm noch 20.000 fehlen. Für diese skurrile Sammelleidenschaft gibt es drei von drei Sternen. Was sammelst du?